Kamera läuft. Servus. Schön. Also hallo. Da sind wir wieder. Wir haben uns heute hier versammelt, weil ja noch das Gewinnspiel offen ist. Von der CB1100RS Geschichte. Genau. Unsere Retro Racer Nummer. Bisschen verspätet. Entschuldigung, aber wir waren schon wieder im Zeichen des Flügels unterwegs. Dazu aber später mehr. Das ist noch in vollem Gange. Kommt aber bald. Also dranbleiben sowieso. Genau. Also danke an dieser Stelle, müssen wir mal sagen, an unsere Partner, die uns das ermöglicht haben, euch echt so coolen Stuff zu präsentieren. So ein mega Gewinnspiel. Also echt. Echter Hammer. Danke, danke, danke. Und danke an euch, weil ihr habt zum Teil echt coole und ausführliche Kommentare gebracht. Also wir haben uns echt sehr gefreut. Wir haben noch nicht jedem persönlich geantwortet. Wir bleiben dran. Aber ja, cool. Danke. Okay. Gut, dann wollen wir auch gleich loslegen. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Hauptgewinn. Einsatz Metzler M7RR. Genau, aber zu jedem Hauptgewinn, da brauchen wir es nicht jedes Mal wieder erwähnen, gibt es ja auch noch einen Hoodie von uns. Mainstream Saks. Den original Mainstream Saks. Die Heldbergstasse What's the Story. Begleitet euch dann immer auf Tour. Und eine New Era Cap. Genau. Alles klar. Also, dann zieh mal frische Gummis raus hier aus dem Topf. Einmal Gummi rausziehen. Jawohl. Und M7RR geht an. Geht an. Da, 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 da. So, warte mal hier. Ach, ich bin schon aufgeregt. SR20 Iffication. Wuhu. Glückwunsch. Congratulations. Neuer Satz Reifen für dich. So. Und wir machen gleich weiter nahtlos mit den Handschuhen vom Held. Ja, kurz hier, dass ihr wisst, um was es geht. Akira Evo Top-Rennhandschuh und super stylisch. So. Den gibt's jetzt für jemanden hier aus unserem Lost Topf. Bin schon ganz aufgeregt. Mal ein bisschen mischeln. So. So. And the winner is ... Schau's dir nochmal an. Darum geht's. Das ist jetzt gleich deiner. Andreas Müller. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch Andreas. Ein paar neue Handschuhe für dich von Held. So, Ubi, dann ... Was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt gibt's die X-Eliot Jacke. Warte, jetzt zeige ich es nochmal, dass die Leute auch schön hier sich vorfreuen können. X-Eliot Retro-Style. Aber alles an Bord, was die Sicherheit braucht. So. So. Frisches Leder von X geht an ... Garte. Garte? Garte. Herzlichen Glückwunsch Garte. Nicht Agarte, sondern nur Garte. Bitteschön. Okay. Dann ... Von Honda. Yes. Von Honda. Eine original getreue Honda Armbanduhr. Ganz feines Teil. Ein Chronograph. Geht an. An, an, an. Am liebsten würde ich die ja behalten, aber ... So. Jetzt sind wir mal gespannt, wem die ... Milenko Jularic. Glückwunsch. Glückwunsch. Weiß nicht, ob ich's richtig ausgesprochen hab. Also nochmal hier, dein ... Milenko. Dein frischer Zeitmesser. So. Einen haben wir noch. Last but not least, die Mega-Murmel Aray Chaser X im Maverick GP Design. Einer von euch da draußen kriegt jetzt auch noch einen brandneuen Helm von Aray geliefert. Er hier. Oder sie. Und ... Das Ding geht an ... Putzen! 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 Du hast noch einen neuen Helm. Steh durch. Wir tun's. Hier. Putzen. Herzlichen Glückwunsch an alle. An alle. Wenn alle, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Wie eingangs erwähnt, wir waren schon wieder unterwegs und sind noch unterwegs für den Flügel. Und wir schauen mal, ob wir dafür natürlich auch wieder ein Gewinnspiel hinkriegen. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wichtig ist, dass ihr dranbleibt. Schön kommentieren. Auch Freunde gerne mal einladen auf unseren Kanal, damit da richtig Traffic ist und Alarm. Ja. Dann würde ich sagen ... Ja. Nochmal Glückwunsch an alle. Glückwunsch! Schön, dass ihr dabei wart. Servus. Bis in Kürze. Reingehauen. Ciao. Sag mal, weißt du was mit den beiden Fireblades da vorne ist? Du bist mit der disclose? Du bist mit der